Es ist ein Fünftgrasblick, aber voll die fette Insel. Lass uns doch auf dem Haus bauen. Hallo Micra-Freunde und es geht weiter. Wir wollen weiter nach Norden, Norden ist da, 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 da wollen wir hin. Da? Hallo, auch von mir übrigens. So, das heißt in diese Richtung wollen wir weiter und mal schauen, ob wir nicht doch irgendwann mal Land finden. Ja. Richtiges Land. Das war nur ein richtiges Land, das war nur sehr klein. Kacken Inseln so, ne. Das ist ja nichts Wahres. Ich hatte so ja auch nicht in sehr, in sehr, in kleinen Gefangenschaft und wir in einer großen Freiheit, sondern wir in einer, wir in einer großen Gefangenschaft, wir mehr in deiner kleinen Freiheit. Äh, okay. Genau. Ich habe jetzt wieder den Jetpack ein bisschen aufgeladen, aber es hat nicht ganz gereicht. Also auf jeden Fall haben wir schon mal wieder Tag, ne. Das heißt, äh... Hast du den kleinen auch aufgeladen, der braucht weniger. Ja, der kleine ist fast voll, aber so richtig viel bringt der dann auch nichts. Ja, aber damit kommst du noch ein Stück hin. Und aus dem größten Teil benutzen wir ja sowieso den Gleiter. Du musst ja nur darauf achten, dass du den Hammer-Mode nicht an hast. Ne, ne, der ist aus. Ich den an? Nein. Ja, ich habe den auch aus. Äh... Also ist hier immer noch Wasser. Da rechts ist eine ganz kleine Insel mit einem ganz kleinen Berg. Äh, nein. Nein, 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 ein Pilz-Biom! Was? Wo? Ja, ich sehe es. Diese kleine Insel mit dem Berg ist ein Pilz-Biom! Yo, 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 wir haben ein Pilz-Biom gefunden! Juhu! Eine Insel mit zwei Pilzen. Da steht irgendwie so ein Teil. Pilzkühe! Okay. Oh, ist die riesig! Ich habe das Erfahrung nicht leider nicht dabei. Die ist wirklich groß. Ja, wie geil ist das denn? Land! Wir haben Land gefunden. Ja, wirklich groß. Alter Schwede, die ist wirklich riesig. Die ist wirklich riesig. Ist ja Wahnsinn. Landen wir mal. So, okay. Von hier ist ein Grabstein. Das sieht so geil aus. Echt? Mach mal auf, was ist denn da drin? Da würde ich hier gerade gucken. Verrottet ist Fleisch. Kühe! Pilzkühe! So, äh, das machen wir mal wieder. Runter! Tschüss! Bitte was? Okay. Wird es jetzt schon wieder Nacht, oder was? Anscheinend, ja. Oh, wie viele Kühe! Wie viele Kühe! Genau, das mache ich auch mal gerade. Wegpunkte! Ähm, Wegpunkte! Wegpunkte! Dann, ähm, ihr seht, ich habe meine Wegpunkte aufgeräumt. Die Wegpunkte, die eigentlich nutzlos für uns waren, die habe ich mal weggemacht. Und alle anderen lasse ich mal da. Ja, so, dann, Pilzbium. So, dann ändern wir mal hier für die Farbe. Wir machen das mal schön rot, ne, weil wir haben ja hier so rote Pilze, ne. So, fertig. Fertig. Wow. Wir haben Pilzbium und ich setze mal hier so eine Fackel, ne. Flücht. So, kommen wir dann... Ich habe natürlich nicht viele Fackeln mitgenommen jetzt, ne. Ich habe noch Hilfe dabei. Ich muss doch hier alles voller Fackeln setzen. So schnell kommen keine Moments. Ich habe gar keine mit. Wichtigstens Holzkorb, aber der ist irgendwie gerade weg. Willst du noch Fackeln haben mit uns? Ähm, also ich habe jetzt hier 32 Stück noch. Ich will ja nicht jetzt sinnlos verballern oder so und nur so ein paar setzen, dass nicht unbedingt so nah an Monster kommen. Da hinten leuchtet was. Oder ist das auch nur ein Lichtback? Schauen wir doch mal hin. Es ist auch nur ein Lichtback, gell? Ne, warte mal, hier. Hier, das müssen wir abbauen hier. Eine Auganode. Ja. Hä, wo ist da was? Ich kann es sehen. Das nehmen wir mit. Was war da? Fürs Daumencraft eine Auganode. Ja. Kannst du normalerweise scannen und Aspekte rausbekommen, aber das ist natürlich jetzt doch ein bisschen weiter. Ja, aber wir haben sowas jetzt nicht dabei. So, okay. Dann haben wir jetzt hier schon mal ein Pilzbium gefunden. Wollen wir noch ein bisschen weiterfliegen oder? Wenn es dich interessiert, da hinten ist noch so ein komisches Ding, was ohne Grund leuchtet. Warte mal, wo? Da hinten anheben sind wir. Moment, Moment, Moment. Doch, doch, da schwebt was. Moment. Da schwebt was, Mildrath. Da schwebt irgendein Ding in der Luft, so ein ganz krass rücksichtiges. Ein Auranoide. Mhm. Wow. Und, was ist... Da schwebt aus den Essenzen. Okay. Sehr gut. Außerdem verbrauche ich gerade gewaltig meinen Jetpack, indem ich hier die ganze Zeit mit Gleitflug durch den Gegend mache. Das ist natürlich ungünstig. Wollen wir noch weiter oder? Ja. Ja. Würde ich sagen, auch wieder Richtung Norden, ne? Von hier aus direkt. Nee, wir machen jetzt Richtung Süden. Wir machen jetzt Richtung Süden. Wir machen jetzt wieder Richtung Norden. Gut, ich fliege voran. Wow. Mein Kleider wollte jetzt nicht so, wie ich wollte. So, also auf jeden Fall. Nieders, das ist nicht Norden. Bitte? Ich fliege nach Norden. Ah, da bist du jetzt richtig wieder. Jo. Da ist ich auch mal. Wow. Ja, wir wollen mal ein bisschen einholen, hä? Hm, hm, hm. So. Gibt Sterne entgegen. Ja, und es ist schon wieder ein Nachtpil. Wir fliegen, also ich fliege nicht gerne bei Nachtpil. Man sieht dann immer so wenig. Jo. Irgendwie habe ich gerade Jammer überholt, ohne Speed zu drücken. Und ich habe euch beide überholt. Ja, 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 wir fallen gleich runter. Hm, hm. Welch fliegt neu. So, und da war das auch gefallen. Da war auch Katalik. Jo. Okay, ich bin wieder oben. Okay, Hover-Modus. Das Ding da war ein bisschen mit Farbnetz wechseln. So, mal schauen, ob ich mit F5-Meter sehe. Ja, ich sehe Meters. Ich habe wieder ein kleines Stück Land gefunden. Ja, ein kleines Stück nützt uns nichts. Wir brauchen große Stücke, weißt du, Jammer? Ganz große Stücke. So mehrere Biome aneinander. Da vorne ist Land. Aber wie groß das wird? Also Pilzbium ist ja richtig, richtig selten. Ja, sei vor mir. Jo. Kann nicht sein. Da rechts ist eine kleine Insel, ne? Ja, das ist auch noch eine kleine. Und gleich durften wir wieder fallen. Ihr könnt nicht vor mir sein. Entschuldigung, Jammer. Wer generiert hier erst? Ich bin ja gar nicht vor dir. Ja, ich war gerade eben ganz vorne dran. Nein, also ich bin nicht vor, Jammer. Jammer steht bei mir in der Luft. Leute, alle von diesen komischen schwebenden Dingern. Diese ganzen, die auf dem Meer leuchten. Diese Punkte, das sind alles diese komischen Dinger. Ah, okay. Jo. Vielleicht wird sich die Welt auch wieder neu gucken. Ja, genau. So. So, jetzt haben wir auch den. Leute, wie dann. Aber irgendwie... ...irgendwie ist das mit Land ziemlich sparsam hier, ne? Also irgendwie... Überleg mal, wenn du eine Welt startest und sponst hier auf so einem einzelnen kleinen Block hier und bist komplett von Wasser umgeben. Ja, das habe ich schon mal. Da habe ich eine große Biom-Welt gemacht und rat mal, wo ich war. Hm. Ja, das ist dann immer etwas ungünstig. Leute, bei mir hinkt gerade irgendwie alles. Ja, bei mir auch. Äh, bei mir nicht. Ja. Also ich fliege alles weiter. Ja, ich sehe euch gerade. Ja, ja, ihr fliegt weiter. Wania hat gerade alles gehangen. Okay. Ah, Mensch, jetzt enable ich dauernd diesen Hover-Mode. Ja, den musst du mal ausmachen, Jammer. Ja, ja. Der ist ja... Ich musste ihn anmachen, weil es nicht mehr ging, weil alles nur gehangen hat. Ich war und runtergeflogen. Okay, bei mir hat es gerade kurz geruckelt, aber geht schon wieder. Mhm. Alter Schwede, ich sehe immer noch nur Wasser. Leute, ich will mal was anderes sehen. Wenn das so weitergeht, ne? Da baue ich mir irgendwann selbst eine Insel. Jammer noch da. Ja. Da fliegt man immer nach vorne, da drücken wir hinten bei ihm alles. Und ich lege andere Welt nach. Und ich komme mit Wasser. Da ist irgendwas. Das kann ich auch nicht mehr sehen. Da sind so drei Grasblücke aneinander. Voll die fette Insel, Leute. Ja gut, das sind fünf Grasblücke, aber voll die fette Insel. Lass uns doch auf dem Haus bauen. Das wär's. Da drauf ein Haus bauen. Ja, und was sagen wir Wookie? Ja, Wookie, wir sind umgezogen. Ich fliege einfach mal eine Stunde nach Norden. Genau. Können wir ihm nicht sagen, dass wir nach Süden geflogen sind? Ja, pass auf. Ho, 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 warte mal. Warte mal, ich seh da Land, ich seh Land. Es kommt nur darauf an, wie groß es ist. Wird's größer, wird's größer? Und, und? Es wird größer? Nein, es wird kleiner. Was, nein? Doch, es ist ne Insel. Tut mir leid, tut mir leid, wie so's. Mist. Tut mir leid. Aber schon mal ne größere Insel, als was wir sonst gefunden haben. Ja, bis auf das Pilzbium, ne? Jo. Hm. Okay. Aber es ist ja schon mal was wert. Halt, das dann nehmen wir aber mit. Was? Das heißt, ich werde jetzt hier. So, weil, äh, Moment. Lass mal, müssen wir die, ähm, so, dann erst rausnehmen, weil sonst kriegen wir nämlich die Weizen nicht. Also die Samen nicht. Ich bin nämlich gerade in Welt, die nicht generiert, oder nur abortig langsam. Na? Das hat jetzt nicht funktioniert. Hm, bei mir steht die Luft. Okay, okay, gut. Jetzt. Da haben wir es. So, das nehmen wir auch mit. Hm? Okay. Ah, jetzt. Ah, ich hab dein Bar. Okay. Es interessiert mich mal, wie groß die Map jetzt schon ist. Also die wird schon recht groß sein, ja. Mhm. Wollen wir jetzt weiter, oder? Wenn du uns die Koordinaten anschaust. Am Horizont geht schon die Sonne auf. Los, Krok, Leute. Am Horizont immer weiter. Oh, oder bleiben wir hier und genießen den Sonnenaufgang. Äh, nein, ich würde sagen, wir machen uns weiter. Okay. Ich würde sagen, bei mir spielt gerade wieder alles. Ich fliege jetzt wieder nach oben. Ich schwimme jetzt. Äh, nein. Ja, aber nein. Also, Quatsch nicht. Ich habe gerade wieder den Gleiter weggemacht und dann alles wieder gehangen. Hm. Okay. Mein Gleiter wollte auch gerade nicht. Wo die größte Welt jetzt schon ist. Habe ich das schon allein? Alter, da hinten ist alles schwarz. Aber es scheint wieder zu laden. Es scheint wieder zu laden. Gesamtgröße. Meter ist 154 Megabyte groß. Das geht doch noch? Hm. Das ist dann... In der Fall nix, ne? Das ist sowas wie eine Minimap. Also, äh, will ich dich. Nein, komm. Und wie viel davon sind Gebiete mit Wasser? Ja, genau. Okay, da ist eine Insel, eine Insel. Mini-Insel. Hm, toll. Seid ihr vor mir oder hinter mir? Oder seid ihr auch noch auf meiner Höhe? Ähm, ich... Mini-Insel ist bei mir ganz oben rechts in der Ecke. Also, ich bin gerade... Auf der Bühne. Ich fliege gerade drüber weg. Mhm. So, dass sie da binden. Das ist halt nicht das Wort, wenn wir eine Weine nach Nordosten gefahren. Ah! Der will nicht. Ja, meine auch nicht. Mein Gleiter startet nicht. Jetzt. Mein Gleiter hat Stoffprobleme. Ach, ach, mein Gleiter ist wieder da. Ja, ja. Mein Gleiter geht wieder. Hm. Das sind ja echt übelste Schwierigkeiten, mit denen wir hier zurechtkommen müssen, ne? Nein, sie sind wieder ausgefallen. Okay. Ich sehe immer noch nur Wasser, Leute. Das gibt's doch nicht. Das sind halt... Also, das wird eine sehr bessere Gefolge. Das darf ich. Ich fliege ja nicht vorbei. Bei mir hast du jetzt gerade den Minimus verdammt. Ich glaube, ich habe es hier sehr durchbessert. Echt jetzt? Mhm. Ja, du stehst ja auch. Peters, wenn man die drei Böden zusammenrechnet, wie lange fliegen wir denn dann schon über Wasser? Ah! Ja, das ging schon wieder abwärts. Problem ist, mein Jetpack waren auch fast alle. Nächstes Mal fliegt man nach Süden. Ja, meint auch. Ob das wird sowas, du weißt nicht. Warte mal, warte mal. Ich habe noch ein Viertel gar. Ich sehe eben meine Insel. Also, im Weichen komme ich noch mit dem Jetpack. Was war das mit der Insel? Es war noch eine Weile. Ich glaube, ich sehe eine Insel. Oder Festland vielleicht sogar schon. Festland wäre natürlich geil. Ja, das ist sehr schön. Also, es wird auf jeden Fall immer größer. Und größer. Das ist sehr schön. Und kleiner. Und von Wasser umgeben. Nein. Nein. Ey, komm, wir landen mal wieder. Wenn ich wüsste, wo. Komm mal wieder ein bisschen Boden. Wenn ich wüsste, wo. Jammer. Und gleich gibt es wieder Absturz. Ich sehe mich das schon gar nicht mehr. Ah, jetzt sehe ich dich auf dem Minimus wieder. Das Bild noch. Und. Fletsch. Da war wieder Wasser. Hä? Weißt du jetzt? Ach, hier haben wir uns geholt. Okay, was ist denn das da? Das Bienenstock im Wasser? Wie heißt das der Typ in Game? Moment, ich telefoniere mich zu. Hier ist ein Water Hive. Das sollten wir vielleicht dann auch mal mitnehmen. Wir haben noch leider nichts. Das ist wie viele tausend Hives. Ja, dann. Dann machen wir uns noch ein Home hier. Ich mache hier mal so temporär so einen Wegpunkt, dass wir die zumindest das Hive machen wollen. Die können wir vielleicht züchten. Wie viel Wasser kann denn so eine Web haben? Anscheinend ist sehr viel. Ja. So, Wegpunkte. Neuer Wegpunkt. Das machen wir mal weiß. Dann, äh, weiß ich zumindest, wo ich, äh, die Weißen, die sind dann nur temporär. So, äh, machen wir hier Water Hive. So. Da holen wir uns nur das Hive dann irgendwann ab. Oh. Mehr kann ich nicht eingeben bei New Waypoints. Schade. Was? Mehr geht nicht? Wieso? Wie viele Waypoints hast du denn? Nein, ich meine von der Beschriftung her. Ja, meine heißt jetzt Insel nördlich. Ganz weit nördlich. Okay. Vielleicht sollten wir mal nach Westen oder Osten fliegen. Ja, und dann ist jetzt gerade vielleicht ein Chunk vor uns. Da wo wir es gerade nicht sehen, ist das neue Festland. Mhm. Ja. Und dann fliegen wir nach östlich lang. Das und noch mehr erfahren wir, liebe Zuschauer, in der nächsten Folge. Ich sag, bis dahin und tschüss. Tschüss. Ciao.